Hi, ich bin Andi. Freut mich, dass ihr zu mir gefunden habt. Heute zeige ich euch ein paar Technik und Tipps für rund um den PC. Und vielleicht kennen die einen schon die Tricks, vielleicht kennen die anderen noch nicht die Tricks. Ich selber habe Wirtschaftsinformatik gelernt. Also ich bin auch in IT tätig. Und ein paar Tipps kennt ihr vielleicht, aber ein paar Tipps sind wirklich Gold wert. Ich erkläre immer ein bisschen was dazu. Ich sage jetzt erst mal um welche Tipps es geht. Es geht halt zum Beispiel um Teams immer online zu setzen, den Status. Es gibt ja verschiedene Status. Abwesend gibt es, Präsentation gibt es, verfügbar gibt es. Und wir wollen den Status immer verfügbar haben. Und das zeige ich euch mittels einer Textdatei, die wir umbinden. Also kein Programm installieren oder sowas. Das ist wahrscheinlich nicht cool auf dem Arbeitsrechner oder Arbeitslaptop. Der zweite Tipp ist aus dem abgesicherten Modus entkommen. Da erkläre ich ein bisschen noch was dazu. Und der dritte Tipp ist, wie ihr ganz selber Fehler oder beschädigte Systemdateien selber reparieren könnt. Also ich fange gleich an ohne Schnitt und so weiter. Ich zeige euch alles eins nach dem anderen. Zu Teams immer online. Da gibt es folgende Tipps. Also entweder ihr könnt hier nachgooglen, auf Google, was es da für Möglichkeiten gibt. Meistens werdet ihr aber dann nicht schlauer. Er schlägt euch irgendwelche Dateien vor, die ihr runterladen sollt. Und wollt ihr echt auf euren Arbeitsrechner oder Arbeitslaptop eine Datei installieren? Wahrscheinlich nicht. Da gibt es folgendes. Ich zeige es mal. Rechtsklick. Weitere. Rechtsklick. Neu. Textdokument. Und dann macht ihr das auf. Und dann schreibt ihr folgendes rein. Ich lasse es jetzt ein bisschen da. Das ist jetzt das Textdokument, das ich vorbereitet habe. Also Text. Man sieht es ja. Und dann müsst ihr folgendes reinschreiben. Moment. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit man es auch besser sieht. Okay. Es gibt wahrscheinlich so nicht. So. Ich muss ein bisschen weiter nach unten schieben. Ein bisschen größer. So. Ich hoffe, man sieht es gut. Ich erkläre gleich was dazu. Also er sagt halt, im Endeffekt heißt das alles, den Status verfügbar. Aktualisier immer mit F13. Damit der Status verfügbar bleibt. Und das wiederhole. Also er wiederholt immer wieder den Status verfügbar. Damit man auch auf diesen Status bleibt. Damit er nicht auf abwesend rutscht. Oder weiß was ich. Der Hintergrund ist, vielleicht habt ihr ja mal so einen Chef. Ihr seid im Homeoffice. Und er sagt, hey, du warst die ganze Zeit auf deinen Status auf gelb, auf abwesend bei Teams. Was hast du gemacht? Dadurch könnt ihr es entgehen. Der Status bleibt permanent auch verfügbar. Aber wie gesagt, ihr müsst das eingeben. In der Textdatei. Wenn es euch jetzt zu schnell geht, dann macht einfach kurz Pause in dem Video und dann schreibt das kurz ab. Okay. Ich hoffe, man sieht alles. Und dann kommen wir zum nächsten. Wir wollen jetzt diese Textdatei zu, ähm, naja, ich hab's mir ein bisschen aufgeschrieben. Bin's aber nicht mehr ganz im Kopf. Wir wollen sie zu einer, äh, was hab ich aufgeschrieben? Einer Windows-basierten Sprache machen. Also damit Windows damit kommunizieren kann. Damit sie immer wieder den Status da abfragen kann und wollen es dann in den Autostart setzen. Dazu müssen wir wie folgt vorgehen. Wir nehmen die Datei. Gehen auf weitere Optionen anzeigen. Also ich hab jetzt Windows 11 drauf. Geht unter Windows 10 genauso. Er geht auf umbenennen. Dann tut hier Text einfach weg. Äh, den Punkt müssen wir schulter lassen. So. Einfach Text. Und macht daraus eine VBS. Da fragt ihr euch, ob ihr das wirklich so ändern wollt. Da drückt ihr auf Ja. Dann sieht die Datei wie folgt aus. Das ist jetzt eine VBS-Datei. Okay. Das heißt, Windows kann die Datei lesen. Und damit kommunizieren. So. Um die Datei jetzt in den Autostart zu bekommen. Also ihr müsst sie ja in den Autostart schieben, damit er immer wieder das aktualisieren kann. Da geht ihr wie folgt vor. Macht ihr das Fenster auf. Ich hab mir ein bisschen aufgeschrieben, weil ich mir selber nicht alles merken kann. Dann gibt ihr Ausführen ein. Geht auf Ausführen drauf. Ja. Ich hab's hier schon. Shell Doppelpunkt Start ab. Dann geht ihr auf OK. Und schon öffnet ihr euch den Autostart. Diese Datei zieht ihr einfach in den Autostart rein. Und beim nächsten Start von Windows. Äh, tut er diese Datei immer wieder ausführen. Das heißt, ihr bleibt auch verfügbar. Was ihr mit der Information anstellt, bleibt euch überlassen. Also das ist wirklich ein ganz guter Tipp, sag ich jetzt einfach mal. So. Dann kommen wir zum nächsten Beispiel. Ähm. Ah, Autostart abgesicherter Motorsentkommen. Genau. Genau. Ähm. Folgendes Szenario, das ist mir auch schon selber ein paar Mal passiert. Der Grafikkartentreiber will nicht. Entweder ihr löscht ihn unter Systemsteuerung. Das geht. Oder ihr nehmt so einen AMD Cleanup Utility. Den hab ich meistens genommen. Nicht, da tut er ihn sauberer löschen, den alten Grafikkartentreiber. Wenn ihr das macht, dann will er den PC im abgesicherten Modus starten. Weil er muss ja beim Hauptrechner den Treiber deinstallieren. Jetzt kann es vorkommen, wenn er dann sagt auf Neustart und ihr tut Neustarten, dass er wieder im abgesicherten Modus startet. Und ihr nicht mal aus dem abgesicherten Modus rauskommt. Jetzt sitzt ihr da praktisch fest. Da gibt es auch einen Tipp. Also wenn ihr jetzt im abgesicherten Modus... Wir nehmen an, wir sind jetzt im abgesicherten Modus. Da gibt es auch einen Tipp, wie ihr den deaktivieren könnt. Geht hier auf Ausführen wieder. Also Ausführen eingeben. Ach, ich zeig's doch mal. Auf Ausführen. Dann geht ihr hier drauf. Man sieht meistens schon immer, was man eingegeben hat. Dann geht ihr auf MS Config. Also das gebt ihr hier ein. Dann entweder auf OK oder auf Enter bestätigen. Und schon öffnet sich dieses Fenster hier. Wenn ihr jetzt auf Start gehen solltet, seht ihr die Startoption. Sollte hier abgesicherte Modus drin sein, dann tut ihr den einfach raus. Klickt auf Übernehmen. Und auf OK. Es kommt eine Nachricht, dass der PC jetzt wieder booten will. Ihr drückt auf OK. Und zack, seid ihr draußen aus dem abgesicherten Modus. Auch ein guter Tipp, wenn ihr da wieder raus wollt. Ich hatte schon welche, die haben mir halt ihren Laptop gegeben, weil sie dann immer rauskamen. Also, eigentlich ist das geschenkt. Ihr kommt von selber da wieder raus. Der nächste Tipp ist, ähm, fehlende oder beschädigte Systemdateien selber reparieren. Ist eigentlich auch keine große Kunst. Wirklich nicht. Gleiches Vorgehen. Diesmal gibt ihr Eingabe ein. Denkt dran, rechtsklick, als Administrator ausführen. Das ist wichtig, dass ihr das als Administrator ausführt. Dann kommt hier einmal Windows Befehls Prozessor. Einfach auf Ja klicken. Und dann kommt ihr an dieses Fenster. Da gibt ihr jetzt folgendes ein. SFC Schrägstrich Scan Now. Ich hoffe, man sieht's. Dann drückt ihr einmal auf Enter. Was ihr jetzt sieht, er macht eine Systemsuche. Das kann ein paar Minuten dauern. Er überprüft jetzt alle Systemdaten, ob die richtig sind. Oder ob Fehler bestehen. Und dann, das coole, er repariert sie dann selbstständig. Also das kann jetzt zum Beispiel ein DirectX Fehler sein. Das kann ein Fehler sein mit der Windows Partition selber. Dass da irgendein Fehler mit reingeschlichen wurde. Alles mögliche kann das sein. So könnt ihr euch selber eigentlich euren PC auch schon mal reparieren, wenn es ein kleiner Fehler sein sollte. So. Und ja, dann wären wir eigentlich schon durch. Vielen Dank.